Herzlich Willkommen im Handelsleuten Navios Maritime Kreuzfahrtträume sehen anders aus Navios Maritime ist ein Schifffahrtsunternehmen, dessen Anleger aufgrund der Veränderung des Bewusstseins der Umweltverschmutzung einen schweren Kurseinbruch hinnehmen mussten. Dennoch kann Navios Maritime weiterhin unternehmerisch tätig sein und der Buchwert des Unternehmens liegt weit über dem Aktienkurs. Eine Investition könnte sich lohnen. Schifffahrtsreisen werden voraussichtlich nicht eingestellt. Eine Nachfrage danach wird immer bestehen. Mit fortschreitender technologischer Forschung werden diese womöglich auch umweltverträglicher. Die Wahrheit ist aber auch, dass Navios Maritime derzeit Verluste erzielt, und zwar in erheblichem Umfang. Die Aktie Navios Maritime ist ein Zirkupapier, bei dem sich in wenigen Jahren zeigen muss, wie stark Navios Maritime noch sein kann. Wenn in wenigen Jahren eine stark Verbesserung der unternehmerischen Situation eintritt, lässt sich ein hoher Gewinn mitnehmen. Andernfalls ist alles zu verlieren. Zur Verdeutlichung legte ich eine entsprechende Tabelle bei. Zum Abschluss ein kurzer Vers zu Navios Maritime. Die Zeit spielt nicht für Navios Maritime. Schnell muss technologischer Fortschritt her. Vielleicht von der Marine. Diesen ersehnt man sich bestimmt auch dort sehr. Als Anleger ist diese Investition schwer zu bewerten. Eine rasche Verbesserung kann das Depot begehren. Je mehr Zeit für dieses Unternehmen vergeht, desto mehr man aber am Abgrund steht. Achtung! Dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.